Auf das Männchen. Äh, auf den, nicht Männchen, Quatsch. Auf den Ausbildzeichen. Gewästeilzeichen. Und jetzt auf die Männchen klicken. Genau. Jetzt? Jo. Ich seh die sogar auch gerade, aber... Nee, nimm's nicht an. Nee, nee. Ach, muss man die dann extra annehmen? Ja, die muss man akzeptieren. Oh, ja. Das kommt dann, wenn du praktisch... ...du dein Quest annehmen sollst, oder... Dann akzeptierst du. Könnte eine Kirche sein. Könnte. Und das heißt, Kirche ist immer schlecht, oder was? Nein. Ah, ein Tutut. Einheit. In der Kirche war ich jetzt auch schon so oft mit, deswegen ist mir das gar nicht so wichtig. Erzähl nix. So. Was war los? Nicht. Du wolltest nix erzählen, hat er gesagt. Achso, nö, nö. Nö, nö. Wollte ich da nicht noch... Aber ist nicht... Aber ist nicht die Kirche. Achso. Nö, aber selbst wenn. Ist ja auch egal. Ich habe da... Und dann bin ich mal... So Punky, der L-Server ist mir jetzt weiter. Ja. Ja. Sehr schön. Da ist ein Hubschrauber. Ja. Ich bin nämlich jetzt doch hier. Oder habt ihr schon draufgedrückt? Nö. Da würde ich jetzt direkt landen und mitmachen. Wenn ich jetzt eher hier bin. Wir könnten ja mal ausprobieren, ob wir als alle einsteigen können. Ach stimmt, das können wir bei der Gelenke auch mal machen. Das würde ich jetzt mal probieren. Ups, Salat, zu weit nach hinten. Kann man weiter nach vorne. Ja. Hallo. Was ist denn denn in der Büsche? Nö, ne, das Land ist immer so ein bisschen schwierig in meinem Fall noch. Aber wenn ich jetzt so mache. Was passiert eigentlich, wenn ich da drunter stehe? Bin ich da platt? Ne, müsste nicht sein. Lande auf der Straße. Straße lieber, okay. Weiter. Und rande. Wer kann alles rein? Oha. Ich bin drin. Oha. Oha. Ich ziehe mich noch gerade hin. Und runter. Aber ohne Mod, der Bungie. Ohne den Sitzmod da. Aber das Flugzeug selbst ist ein Mod. Alter, Hubschrauber. Jetzt habe ich Standbild. Ich habe Standbild. Ja, da muss ich schon wieder weg. Was soll ich denn machen, wenn du Standbild hast? Oh, ich bin schon wieder weg. Oh, ja gut. Ich stehe hier noch. Da macht. Kommt. Ja, müssen wir. Weiter. Ja, ja. Tu ihn noch nicht. Jetzt noch. Woher weiß ich denn, dass ihr da drin seid? Wir sind noch bei dir. Wenn wir weiter weg wären, wäre das was anderes. Die sind jetzt innen drin oder kommen die jetzt hier hin? Wir müssen rein. Wir müssen rein. Wir müssen rein. Schade, ey. Naja. Ist ja keiner hier. Nö. Oh, kann ich gucken. Da könnte aber wir sind oben rumsen. Naja, ich sage einfach, wir müssen da oben. Kommen wir da nicht durch? Nein. Theoretisch könntest du durch, ja, aber das ist das Spiel nicht gesagt worden. Also, du kannst die Tür natürlich zerschlagen. Ja. Aber theoretisch gesehen ist das nicht der Weg. Genau. Manche waren das. Dauber. Sehr schön, sehr schön. Wieder nach oben. Sagt, wenn ich hochkriegen kann. Bin oben. Ja, Entschuldigung, ich gehe hier ein bisschen langsamer hoch. Alles, alles tut. Ich mache noch mal ein bisschen zu schnell, damit du geschützt bist. Weil, ich habe ja nur, nun gelernt, ne? Ich mache mal, tu. Was machst du zu? Den Ego, den Ego. Was machst du? Weil, sonst können du mal welche kochen, oder was? Nö. Ja, ähm... Ja, ähm... Das ist ja wie die Pest. Und dann auch noch vorlaufen. Die macht mich wahnsinnig. Netzwerk-Timeout, ich kann nicht beitreten. Muss man im Moment warten. Hm. Weiß, vielleicht ist deine A&B noch ein bisschen gespeichert. Wenn du sowas siehst hier. Ganz ruhig. Sagen wir ihm hier. Wir sollen es zur giờ kommen. It, 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 it. Sauber. Falls du so etwas siehst, hier zu einem Tür oder regainst, Also Loch in der Tür kannst du aufschlagen. Da ist Medizin Spiegel Toilette Kannst du alles looten. Da ist eine Toilette, kann man looten? Ja. Punky hat schon einen Schlüssel gefunden. Ja, was muss man drauf kommen. Nee, Punky hat einen Schlüssel gefunden. Hier hinten ist der Ausgang sozusagen. Das ist auch neu. Das ist aber auch keine Mod, ne? Das ist der Standard. Was? Die Schlüssel. Schlüssel? Die Schlüssel? Nee, der ist von Alpha 20. Das ist neu, aber nicht von der Mod. Genau. Ja, genau. Der Braune muss rausgehen. So, nicht fertig. Okay. Jetzt sollte ich es ja auch wieder zu machen, sonst kann ich was reinkommen. Geht nicht. Okay, das war gut. Gut, war nur so offen. Guck. Ich mach nur, ich gucke mal hier mal durch. Ja, ich gucke mal hier mal durch. Ja, ich gucke mal hier mal durch. Ja, ich gucke mal hier mal durch. So, und müssen wir einmal nicht fetter. Ich hab mal die Mülltonne durchsucht. jetzt hinter mir oder vor mir wir sind hinter dem video momentan ist eine eine da sind noch zwei jetzt ein bisschen verteilt und sich gegenseitig schlagen und fertig noch ein bisschen reingehen also noch gibt es noch gut genau genau obendrauf deswegen macht auch bezahlt jeden raum im effekt einmal abzugehen das heißt wenn jetzt sauber ist es auch kein zombie mehr hier drin das nicht nur das so bist du trotzdem noch drin sein selbst extra reagiert nicht ich möchte doch einfach nur wieder auf die welt ich möchte ich meine konfigurte sich jetzt eigentlich wieder da habe ich so ein bisschen grund so ist da oben oder was ja ja so mittig wenn wir auf einem dach sind können vögel kommen also im freien dach soll ich hoch oder was gleichzeitig gut hier ist alles sauber hier gibt es noch die kiste ach die andere kiste muss aufschlagen eine idee hier mhm mhm und looten und fertig und wieder im keller runter und denn bei es ist doch rückwärts oder nicht ich mache w und und gucken genau ich dachte erst für rückwärts laufen ich glaube ich bin da oder ja ich bin wieder da ich war ja wieder unter den lebenden zumindest hoffe ich dass im gestart doch noch nicht und ich höre ich schon laufen aber ich sehe noch nichts mit dem spiel so viele guckt da bin ich das habe ich verstanden das war toni fliegen ich möchte mit fahren ich probiere es c und leertaste punky immer c um nach vorne zu fliegen und leertaste um wieder nach hinten fliegen zu können nach oben nach oben einfach nur weh wie du gerade bist ja und mit c und leertaste kannst dich biegen halt gut dass es den kleine position hat also ich habe von baum gefällt also das geht das ist zu steil der winkel ich guck dir jetzt noch gott ok dann muss ich mich noch ein bisschen beschäftigen so warte mal mach mal mach mal üb mal ein bisschen punky ach so einladungszeug wieder genau komisch denn wichtig muss auch noch so kommen wie 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 vorwärts gehen etwas vom himmel ja so schau mal hier kann sich beides gleichzeitig steuern okay ich verstehe doch nach dahin bin das soll ich nachher ich weiß wo es ist so hier ist nicht wieder an diese stacheln reinlaufen konnte sie auf der maus steuern ja ne ja wenn du die linken maus hast du drückt aber ich schwachschen schrotflinte mod oder bauplan handgriff mod schrotflinte mod abgesegte ich weiß ja nicht was das ist hier ich hätte muss was welche mit einer abgesägten schrumpf noch eine hauptung oder ende jetzt ja ja musst du jetzt wissen toni und du mich ist entscheidend tomi toni toni toni